Du hast Löcher an Bart oder dein Bart ist nicht gerade besonders voll und dicht? Dann solltest du jetzt deine Ohren spitzen, dann ist das Video nämlich genau das Richtige für dich. Fast alle Männer wünschen sich einen vollen, dichten Bart. Das heißt jetzt nicht, dass sich alle Männer einen Vollbart wünschen, sondern einfach ein gutes Bartwachstum. Denn wenn du ein gutes Bartwachstum hast, dann sieht jede Art von Bart, egal ob 3-Tage-Bart, Vollbart, ein längerer 3-Tage-Bart oder nur ein kurzer Stoppelbart, einfach wesentlich besser aus. Aber Theorie und Praxis gehen auch hier wie so oft auseinander. Denn die Realität sieht so aus, dass die meisten Männer nämlich wirklich überall ein paar kleine Löcher im Bart haben und halt wirklich keinen richtigen vollen Bart haben, sondern wirklich Probleme haben mit ihrem Bartwachstum. Und wenn man sich mehr Bart wünscht, dann recherchiert man logischerweise im Internet und irgendwann schlüsst man dann auf den Bartroller. In diesem Video spreche ich über die Funktionsweise des Bartrollers und kläre auch schlussendlich die Frage, was der Bartroller wirklich bringt bzw. wann man tatsächlich mit Ergebnissen rechnen kann. Und wenn du an dieser Stelle jemanden kennst, der auch Löcher im Bart hat, sich aber unbedingt einen guten Bart wünscht, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm, denn das Video könnte möglicherweise die Lösung für ihn sein. Also Leute, dieses kleine Ding hier nennt sich Bartroller oder auch Dermaroller oder wie auch immer ihr dieses kleine Ding hier nennen möchtet. Das Ding sieht eigentlich aus wie so ein Nassrasierer, allerdings hat es vorne auf dem Kopf eine kleine Rolle mit ganz, ganz vielen kleinen Titanennadeln. Und solche Dermaroller gibt es in unterschiedlichen Größen, das heißt die Nadelgröße kann hier ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm oder auch 2 mm. Also es gibt wirklich viele verschiedene Varianten von diesen Rollern. Und diesen Roller, den ich hier in der Hand halte, der ist perfekt, um sein Bartwachstum zu fördern. Der hat 540 Titanennadeln und eine Nadelgröße von 0,5 mm. Verlinkt den Bartroller selbstverständlich auch in der Infobox, falls ihr euch für dieses kleine Ding hier interessiert. Und jetzt kommt natürlich die erste Frage, wie zur Hölle soll dieser Roller hier mir zu mehr Bartwachstum verhelfen? Es ist wissenschaftlich bewiesen, was dieser kleine Roller hier auslöst und was dieser kleine Roller hier macht. Und das können wir Männer uns jetzt zunutze machen für unser Bartwachstum. Dazu muss ich aber einen kleinen Exkurs machen in die Dermatologie, denn dieses Verfahren gibt es schon lange Jahre in der Dermatologie und heißt Microneedling. Warum Microneedling? Weil wenn der Roller über die Haut fährt, dann verursacht der Roller so kleine winzige Mikroverletzungen. Daher Microneedling. Warum wird dieses Verfahren in der Dermatologie verwendet? Ganz einfach, um das Hautbild zu verbessern. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel unter Aknenarben leidest oder zum Beispiel Falten hast oder Cellulite oder Dehnungsstreifen, das kann mit dem Roller minimiert werden. Und Leute, da gibt es wirklich phänomenale Vorher-Nachher-Ergebnisse, was Leute für Ergebnisse mit diesem Roller erzielt haben. Man kann es kaum glauben, aber da sprechen glaube ich die Bilder mehr als Worte. Unsere Haut besteht ja aus verschiedenen Hautschichten. Aus der Epidermis, aus der Dermis und aus der Hypodermis. Und in der mittleren Hautschicht, der Dermis, dort findet zum Beispiel die Blutzirkulation statt. Und unter anderem sind dort auch wichtige Komponenten, wie zum Beispiel Kollagen, Elastin oder auch Hyaluron. Wenn man sich da mit dem Roller über die Haut fährt, dann wird die Region natürlich besser durchblutet. Gar keine Frage. Aber auch die Komponenten wie Hyaluron, Elastin und Kollagen werden vermehrt produziert. Das bedeutet wiederum, dass zum Beispiel faltige Haut sich wieder strafft oder auch Aknenarben sich deutlich reduziert. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Korte Mensch, ja gut, aber was zur Hölle hat das mit meinem Bartwachstum zu tun? Ich kann es dir sagen. Kollagen ist nämlich verantwortlich für dein Haarwachstum, auch für das Wachstum der Haare im Gesicht, also auch für deine Barthaare. Das bedeutet, wenn du mit dem Bartroller über diese Region fährst, dann wird diese Region logischerweise besser durchblutet. Aber es wird auch vermehrt Kollagen ausgestoßen. Und das ist wiederum verantwortlich für einen guten Bartwuchs. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, sag mal, funktioniert das wirklich? Ich kann für mich sagen, bei mir hat es funktioniert. Ich habe jetzt einen wesentlich volleren und kräftigeren Bart. Ihr könnt euch auch mal meine Videos von vor einigen Jahren anschauen, wie mein Bart da aussah. Und schaut euch die Videos an, wie ich jetzt aussehe. Also mein Bart ist wesentlich kräftiger und dichter geworden. Und aus dem Grund habe ich mir dann schlussendlich auch einfach einen längeren Bart wachsen lassen, weil ich das Gefühl hatte, okay, mein Bartwuchs ist richtig gut. So kann ich mein Bart auf jeden Fall auch etwas länger stehen lassen. Und du denkst dir wahrscheinlich, ach komm, der Korte, der kann viel erzählen, ja? Hast du recht. Aber dann glaub nicht mir, sondern glaub den Leuten, die es tatsächlich ebenfalls, genau wie ich, ausprobiert haben und auch mega gute Ergebnisse erzielt haben. Also schau dir auf jeden Fall auch die Vorher-Nachher-Bilder an von anderen Leuten, die den Bartroller benutzt haben und schau, was die für Ergebnisse erzielen konnten. Und schaut euch auch die positiven Bewertungen an auf Amazon. Und da habe ich nämlich eine rausgepickt. Die fand ich sehr interessant, weil jemand da sehr ausführlich über seine Erfahrung mit dem Bartroller gesprochen hat. Und da habe ich hier mal diese Bewertung rausgepickt. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben mit der Rezension und hat wirklich viel geschrieben. Und die Überschrift der Bewertung ist folgende. Unglaublicher Effekt für Geduldige. Und der beschreibt halt, wie er den Bartroller verwendet. Dazu kommt übrigens bald auch noch ein Video von mir. Aber er schreibt da, die Haare wirken dicker und es kommen bereits mehrere nach, ja? Und zusätzlich hat der Kollege hier auch noch einen guten Nebeneffekt beschrieben. Und zwar diesen positiven Nebeneffekt bezüglich der Haut. Er schreibt nämlich, dass er den Bartroller auch fürs Gesicht benutzt hat. Und auch hier ein tolles Ergebnis, besonders um und auf der Nase sowie auf der Stirn hatte ich sehr große Poren und öfter mal auch verstopfte Teiltusen. Durch das Rollen wurden die Poren viel kleiner und die Haut viel weicher. Und nach der Anwendung kribbelt das Ganze. Also man merkt auch, dass da was passiert. Aber Leute, ja, es gibt ja nicht nur positive Bewertungen. Es gibt natürlich auch negative Bewertungen. Wie zum Beispiel diese hier. Passiert nichts, nichts empfehlenswert. Wie kann das sein, ja? Das kann ich euch erklären. Damit einhergehend möchte ich euch auch die Frage beantworten, wann man wirklich spürbare Ergebnisse erzielt. Aber wie kann es zu solchen Bewertungen kommen? Passiert nichts, ja? Nicht empfehlenswert. Zu allererstes Mal muss man sagen, wir Menschen sind unterschiedlich. Bei dem einen funktioniert das Ganze besser, bei dem anderen natürlich nicht so gut. Okay, das ist klar. Aber bei den meisten Leuten ist es halt so, dass die nicht durchziehen. Heißt, die machen es nicht konsequent, regelmäßig und auch nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Das ist ja klar, dass da nichts passiert. Stell dir das zum Beispiel beim Sport vor. Wenn du zum Beispiel 10 Kilo Übergewicht hast, ja? Und dann für drei Wochen jede Woche einmal zum Sport gehst. Was passiert dann? Nichts. Richtig. Und das gleiche ist beim Bartroller natürlich auch der Fall. Jetzt stell dir mal vor, derjenige, der 10 Kilo verlieren möchte, geht über drei, vier, fünf Monate hinweg. Jede Woche minimum zwei bis drei Mal zum Sport und achtet vielleicht auch noch ein bisschen auf seine Ernährung. Was passiert dann? Dann purzeln die Funde nur so runter. Und so ist es natürlich auch beim Bartroller. Wenn ihr den Bartroller über drei, vier Monate hinweg konsequent und regelmäßig anwendet, dann könnt ihr nach circa drei bis vier Monaten mit Ergebnissen rechnen. Also so war es zumindest bei mir. Nach drei bis vier Monaten hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich einen dichteren und volleren Bart hatte. Also der Bartroller kann definitiv die Lösung für einen löchrigen oder lückenhaften Bart sein. Allerdings nur dann, wenn man den Bartroller regelmäßig, konsequent und über einen längeren Zeitraum hinweg auch tatsächlich anwendet. Also wenn du einen löchrigen Bart hast, dann empfehle ich dir definitiv den Bartroller einfach mal auszuprobieren. Denn du hast überhaupt nichts zu verlieren. Denn entweder bekommst du mehr Bart oder bessere Haut oder vielleicht sogar beides. Und tu mir einen Gefallen, wenn du den Bartroller bei Amazon bestellst, dann hinterlass auf jeden Fall eine positive Bewertung und hinterlass auch deinen Erfahrungsbericht, damit andere Leute von deiner Erfahrung profitieren können. Also Leute, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bartrollen. Lasst eure Bärte wachsen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.